Das war's für heute. Das sind die Niedokladen rzuty spod Kosza. Die Decisionen sind so, dass der Grasch-Koß kommt, und du zum Trapp-Koß. Hier ist der vierte Grasch-Koß. Du hast gesagt, 5-5-5. Warum hast du nicht gesagt? Das sind so genau. Das ist nicht so gut. Los geht es weiter! Vielen Dank. Das war's, das war's, das war's. Das war ein Wettbewerb. Wart, warte, warte! Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.